Was machst du, Vater? Ein bisschen Gärteln. Was sind das für Pflanzen? Das ist ja Cannabis. Jetzt tut eine Ahnung davon. Der Vater pflanzt im Garten Rauschgift und du schaust in aller Seelenruhe zu? Der Vater kann in seinem Garten machen, was er will. Das werden wir ja sehen. Wie tut sich der Papi aufregend? Wie ein spinnster Hallefilie! So Drogenhülle, lass ich mein Kind keine Sekunde länger. Ist das so ein Deppes Depp? Franz, dir mein gefallen. Bring das wieder in Ordnung mit ihm. Wieso, ich? Baue ich hier Drogen an? Geh einfach. Hast du nicht gehört, was der Papa gesagt hat? Geh einfach! Ja! 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 Ja!